So Leute, bevor es losgeht, ich hab grad ein fucking altes Video gefunden, wo ich grad erst 17 wurde und noch lispelte, mit der Kong-Parodie. Und ich dachte mir, jetzt muss ich einfach auf diesen Channel, das ist so, oh Gott. Ich zeig euch jetzt einfach mal das Video komplett. Ähm, ich will nicht so ein scheiß Reaction-Video machen, darum werde ich den Teil hier in einem Extra-Video packen. Ungelistet in der Beschreibung. Ich werde zwischendurch pausieren und was dazu sagen oder so, oder keine Ahnung. Und, ey, guckt euch das einfach mal an, das ist einfach, oh Gott, das könnte ich jetzt nicht mal parodieren, diese Parodie. So, Hallöchen-Pupöchen, willkommen zur 760. Folge von Minecraft. Viele haben gefragt, warum wir auf einer neuen Karte die 6. Staffel angefangen haben. Und zwar hatten wir in der letzten Staffel zu viele Baustellen in der Baustelle. Ja, und ich merke gerade, dass die Musik fehlt, Moment. So. Ja, und natürlich spielt wieder Monkey Island. Jetzt beginnen wir eben wieder von vorne und werden nicht mehr das Problem haben, dass überall etwas angefangen wurde und nicht beendet. Äh, wird's dunkel? Ne. Also, den Boden haben wir schon begonnen. Äh, die Fenster müssen noch eingesetzt werden. Äh, ja, das Dach ist noch unfertig. Und das mit dem Baum sieht ja auch noch schäblich aus, ich weiß. Äh, die Wand ist unfertig. Und die Türen fehlen noch. So wie das Feld. Okay. Ne, Hundi, du alte Pottsau. Äh, hallo? Guck doch mal. Hey. Leckerli. Ja. Ja, jetzt guckst du. Okay. Ich würde sagen, wir beginnen mit den Fenstern. Ja, und dann hier so und da so. Und dann noch hier drüben und huch. Ja. So. Und so. Und dann noch huch. Ne, das kommt weg. So. Und dann noch huch. Äh, hast du nicht gesehen. So. Äh, das mit den Fenstern ist ja auch noch unsymmetrisch. Das muss noch geändert werden. So. Ich muss mal kurz was überprüfen. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4. Äh. Ja, das ganze Haus ist ja unsymmetrisch. Die Wand muss noch um einen Block nach hinten verrückt werden. Ich werde verrückt? So. Haben wir noch Glas dabei? Äh, sieht nicht so aus. Und hier? Äh. Ja, auch nicht. Und im Ofen? Ja, da ist nur Silber drin. Da tue ich mal den Sand rein und den Stahl raus. So. Und ja, Kohle haben wir auch kaum noch was. Dann müssen wir mal auf Hüllentour gehen. Okay. So. Haben wir denn alles dabei dafür? Äh, nee. Wir haben kein Schwert. Also, coaf dich mal eins. So. So war das doch, oder? Nee. Kommt das hier hin? Und das da unten? Und dann noch hier so und da so. Und hä? Wie war denn das? Nee, nee. Nee, das kommt raus. Und die Wolle auch. Äh. So und. War das so? Ja, genau. Vielleicht finden wir hier noch den 10. Freiluftspanner. So, dann kann es ja mal losgehen. Äh, dann gehen wir mal in diese Richtung, wo wir schon die 18 Freiluftspanner gefunden haben. Und da steckt ja auch schon der Kackstift. Dann gehen wir einfach mal hier hoch. So. Und da müsste das doch sein. Ja, genau. Hier war das. Einer der 30 Freiluftspanner. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal woanders lang. Hier kennen wir ja schon alles. So. Ja, da hinten sieht es ja auch ganz nett aus. Und hier sieht es unnatürlich gewachsen aus. Ja, das ändere ich mal kurz. So, hier so und da. Und dann auch hier sowas. Und dann auch, ja, hier sowas. Ja. Viel besser. So, und so viel Gravel. Da können wir uns ganz viele Wege machen. Nee, Hundi? Okay, vielleicht entdecken wir eine Evil-Pick-Höhle wie in der dritten Staffel. Oder eine Crazy-Cow-Höhle wie in der fünften. Ja, und den ganzen Gravel hier werden wir auch noch abtragen. So, und da hinten ist auch schon eine Höhle. Okay, dann gehe ich mal ganz langsam hier rein. Ja, und die Musik nervt auch überhaupt nicht. So. Hallo? Äh, Crazy-Cow-Höhle. Ich habe das Gefühl, dass hier nur Monkey Island spielt. Mann, was für eine Mega-Höhle das schon wieder hier ist. Mann, Mann, Mann. Okay, hier geht es nicht weiter. Dann gehe ich mal hier entlang. Wir müssen auf jeden Fall Eisenpuppeisen. Und es rausreisen und reinbeisen und drauf scheißen. Äh, wir haben kaum noch Wackeln. Äh, habe ich in der letzten Schauwelt ausgemacht. So, ja, die Höhle ist ja ganz schön rohstoffarm. Ich sehe ja kaum was. Okay, dann gehe ich mal hier so runter. Ja, keine Viecher. Ja, theoretisch geht das da nicht weiter. Ja, also gehe ich mal wieder hier hoch. Und da waren wir noch gar nicht. Hier könnten ja Monster gespawnt sein. So. Ach, hier geht es rum. Äh, war es das schon? War doch keine Mega-Höhle. Äh, ach, da habe ich ja was übersehen. Da ist ja noch Kaveel in der Wand. Genau, davon haben wir ja kaum was. Ja, jetzt reise ich ja mal kurz raus zu Monkey Island Musik. So. Ja, äh, wo ging es denn raus? Äh, ja, theoretisch müsste das hier rausgehen, oder? Nicht, dass wir uns schon verlaufen. Äh, ach, zurück sind wir. Äh, äh, boah, ich werde bekloppt. Teh. Äh, da ging es nicht lang. Ähm. Ach, ach ja, da oben ging es lang. Ja, da müssen wir hier theoretisch rauskommen. Und, ach, da ist Kohle. Da habe ich Kohle übersehen. Ist mir ja noch nie passiert. So. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Huch. Kohle, 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 So, da sind wir wieder draußen. Und, es wird dunkel, oder? Äh, ne. Dann suchen wir uns mal eine andere Höhle. Ja, dann gehe ich mal hier lang. Ja, da ist auch einer, aber ich sehe mich noch ein bisschen um. Äh, da ist ein Schaf. Ich muss es theoretisch schlagen. Ich muss es tun. Äh. Äh. Nein. Es sieht mich an. Ich. Ah. Popo klatsche. Ja. Ja. Wo sind deine Freunde? Hä? Bist du ganz alleine? Oh. Ja, ja, ja. Ich. Ja, ich hab dich lieb. So. Ich glaub, es wird dunkel, oder? Äh, ne. Und die Welt ist auch mal krass. So, dann schauen wir uns auch ein bisschen um. Geh ich mal wieder hier hoch. Äh, hoch. Dann das wegmachen. So, ach, da ist unser Haus wieder. Und da ist mein Schaf. Und zufälligerweise haben wir auch eine Schaufel in der Hand. Ja, darauf stehst du doch. Ne, du Luder. Huch. Äh. Und?